Einen Satz zu Deutschland, Entschuldigung. Was machen Sie denn? Einen Satz zu Deutschland. Da gibt es nichts für Sachen. Wir sind Papst. Kartoffeln. Katastrophe. Nur einen Satz. Nee, danke. Obwohl, Deutschland ist super. Aber es ist schon erstaunlich, dass Politiker gewählt werden, die indirekt Folter unterstützen. Die haben euch elf Monate lang beschattet, wusstest du das? Ulrike Meinhoff, Susan Sonntag. Susan Sonntag, Ulrike Meinhoff. Wow. Wir reformieren. Subventionstropf vorbereiten. Subventionsblase geplatzt. Da haben wir den Salat. Ja, was? Ja, Mensch. Was willst du denen erzählen? Dass die hier hungern? So, wir lesen erst den Briefvorgang, dann besprechen wir das Problem. Okay, mach ich. Diese Branche in Deutschland geht in den Arsch. Das ist Wahrheit. Sie sehen zu schwarz. Das ist völlig verständlich und absolut normal. Und da hat man irgendwann geahnt, so wie es den Pennern an den Kragen geht, so wird es auch mit den Rauchern passieren. Im neuen Deutschland. Die Verantwortlichen für dieses Verbrechen, ja? Einen Moment, bitte. Ich verbinde Sie mit Deutschland und die Welt. Das war also Deutschland. Jedenfalls glaubte man das. Kann man sagen. Die tanken wir in Österreich, danke. Stimmt, danke. Vielen Dank.